Das sieht mir noch aus wie ne große Steuerkonsole. Nur weil da so ein Schlüsselsymbol ist. Vielleicht ist das ja auch die geheime Datenbank der Hüter aus der Thief-Serie. Geheime Datenbank! Wir haben aber nix bekommen. Wir haben Zeit hineinzugehen. Ist aber nicht nett. Wir haben jetzt noch ein Schuss. Warnung! Kryo-Generator instabil. Warnung! Kryo-Generator instabil. Leite den Hilfstrom um. Fehler! Systemausfall! Kryo-Generator instabil. Warnung! Hey, Victor! Äh... Nora ist ein bisschen... nicht da! Die wollten meine Hilfe, um dich zu bekämpfen. Ich lehnte ab. Sie nahmen sie mit. Sie haben Nora. Nur wegen dir. Sie wird ohne mich sterben. Sie werden sie mir zurückgeben. Im Tausch gegen Batman. Bist du dir sicher? Warnung! Kryo-Generator instabil. Wenn du ihnen glaubst, Victor. Dann schieß. Ey, sag nur ran, was wir in Arkham City alles zusammen durchgemacht haben. Finde sie Batman. Bitte. Ich hab sie einmal gefunden. Werde ich. Bring das Schiff unter Kontrolle. Also werde ich sie wiederfinden. Hast du vorhin noch was zu sagen? Die Energie der Kältekammer ist bald aufgebraucht. Du musst sie zurückbringen. Ich vertraue dir, Batman. Bitte rette sie. Er vertraut mir! Die Energie der Kältekammer ist bald aufgebraucht. Du musst sie zurückbringen. Er hat gesagt, er vertraut mir. Ja. Wir haben ja auch in Arkham City viel durchgemacht. Ich habe einen Heilsender, der mich zu Nora führen kann. Er überträgt einen Standort. Vorsichtig, Sir. Die Miliz ist bestimmt aufbedacht, sie weiterhin als Geisel zu halten. Nicht mehr lange. Hallo, Helikopter. Soll ich mal da durch deinen Scheinwerfer durchfliegen? Dann machst du eine Meldung, dass du Batman gesehen hast. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich die Schnauze voll vom Randalieren. Nö. Was, Batman ist da gerade vorbeigeflogen? Hm, sollte ich einen Report machen ans Hauptquartier? Nee. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich die Schnauze voll vom Randalieren. Das hast du schon mal gesagt. Dann hör doch einfach auf mit dem Randalieren. So weit weg. An's andere Ende der Stadt. Ah, zufällig fliegen wir gerade über China Town. Was? Wo hast du denn das gemerkt? Entweder da unten in diesem chinesischen Schriftzeichen? Nee, nee. Das ist doch nicht China Town. Ah, sehen wir sie schon? Batman schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Wer ist tot und wieso ist er so gut wie ich? Wir können unsere Männer auf dem Boot nicht zurücklassen. Wir haben unsere Befehle, die Frau hat Priorität. Glaubst du, der Eismann wird mitspielen? Wenn er sie lebend wieder haben will, schon. Der Eismann. Ja, jetzt ein Eis. Wir haben nicht viel Schutz, bleibt wachsam. Nicht viel Schutz. Ich glaube, ich habe da gerade so einen großen Messertypen gesehen. Ich hoffe, dieser Freak sucht nicht das eine Fahrt. Ich will nur kurz verletzen. Oder ist das ein Elektro-Typ? Wir haben nicht viel Schutz, bleibt wachsam. Ich hoffe, dieser Freak sucht nicht das eine Fahrt. Ich will nur kurz verletzen. Aber auf jeden Fall Ninja. Großer Typ. Habt ihr auch Medi? Erstmal Umgebungsanalyse machen. Wir haben nicht viel Schutz, bleibt wachsam. Und dann angeifen! Und dann angeifen! Weg mit dem großen Buben! Buben! Na, willst du auch noch weg? Huh, mein Wunder! Wer jetzt hier macht, mal Boden ausschalten! Oder lag es wirklich daran... Ja. Oder lag es letztes Mal wirklich daran, dass die ja Animation noch nicht ganz zu Ende gespielt hat von dem Typen. Letztes Mal, als ich einen Bohnen ausschalten versucht habe. Was passiert, Jungs? Ich will, dass ihr wisst, dass das hier das beste Halloween aller Zeiten war. Schön für euch. Naja. Das sieht mir nicht nach Nora aus. Zufällig wach da auf. Wo ist sie? Lass mich los! Falsche Antwort! Ah! Sie ist auf einem Haus da! In Otisburg! Mehr weiß ich nicht! Ich schwöre! Ja, ja. Ich beeile mich, ja! Ich beeile mich, ja! Naja. Robin hält sicherlich noch eine Weile durch mit Harley im Filmstudio so ganz alleine. Sei doch still Scarecrow! Siehst du sie? Victor! Ist er stabil? Ja! Ja, natürlich! Melde dich, sobald du sie gefunden hast! Iiiiihihi! Ich sehe Sniper! Iiiihihiihi! Okay, die beiden Sniper da vorne müssen... schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee! Okay! Dieser Sniper da vorne muss auf jeden Fall als erstes weg! Weil er visiert die beiden Sniper an. Ein Störsender-Typ. Kann ich von hier eigentlich? Ja, ich bin noch nicht nah dran. Dann hast du halt die Schnauze voll! Zum Glück nicht die Waffe! Batman schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee! Ein bisschen Waffenlager! Ein bisschen Störsender! Das ist auch Waffenlager! Dich weg! Hab's noch ein drittes? Anarki, wer ist das? Nie von gehört! Hust, hust! Nein! Ist weg! Keine Lust! Bist du... Munitionslager, ja! Ah! Perfekt vorbeigeflogen! Wo ich wohl wäre, wenn mich der Arkham Knight nicht gefunden hätte! So! Geht doch, Betsy! Geht doch! Mit der Finesse müssen wir nochmal üben, ne? Hat jemand Kontakt mit Freeze aufgenommen? Er weiß, was er zu tun hat! Die Frage ist, wird er es tun? Lass mich raten, gleich meldet sich wieder Mr. AK! Versorgt mir die Tour! Was? Okay! Vergiss Mr. AK! Wir können nur hoffen, dass hier nichts passiert ist! Habt keine Lust gegen diese Eiskanone zu kämpfen! Ah! Nun fielst du an mich am besten immer außen rumfliegen! Und Jocko! Hock da einfach nur und macht sich einen schönen Abend! Wann werden wir endlich evakuiert? Ich will von diesem Verdammt nach runter! Keiner weiß, dass wir hier sind, dafür hat die Ablenkung gesorgt! Ich hoffe, du hast recht! Niemand weiß, dass ihr hier seid! Außer ich! Ich lass dich einfach mal rumlaufen! Du bist ja eh markiert! Ne, ich brauchte das für das Störgerät! Ich brauchte das für das Störgerät! Und... Sein Launcher! Wieso haben wir denn eigentlich das irgendwie... Naja... Trotzlos in diesem Spiel! Ja, ist er auch! Nein, das ist ja... Nein, das ist ja... Nö, nö, ihr habt euch nicht gesichtet. Ah, so fliege sie jetzt an einem Fleck! Ja, tu es! Du wirst es nicht bereuen. Denn du bekommst jetzt einen schönen Mittagsschlaf. Nachts, im Regen. Ja, effekte Mittagszeit. Ja, jetzt das Multi ausschalten, ne? Wolltest du sagen, bleiben die jetzt doch stehen? Ja, checken. Dann halt keine Dings ausschalten. Machen wir es halt auf die altmodische Weise. Ja, tu es! Stell es auf! Schicken ist schon so eine kleine Satis denn? Ach, wirklich! Wobei eigentlich... Die Vergangenheit, Batman! Deine alten Tricks beeindrucken niemanden! Schließt euch zusammen und gebt euch gegenseitig Deckung! Setzt Fachgeschütze ein! Nagelt ihn fest! Los! Mr. AK, hast du nicht gelernt! Das letzte Geschütze ist doch auch explodiert! Ah, kommt doch einer von euch näher! Angst muss ich hier ausschalten! Kriege ich den da hinten auch noch? Nein, natürlich nicht! Er ist kein Freak! Er ist kein Freak! Er ist kein Freak!